m meine baumschule war der bruch wird bestimmt irgendwas geben dass er uns Unsere Pisser waren schon da. Vielleicht haben wir auch Pech und das sind jetzt NPCs. Aber ein bisschen Action. Das ist doch gut, dass ich nicht in der Garnitze. Okay, Turm. Auf den ersten Blick Zombies. Man, hier gibt es ja viel. Hör mal an. Kann man so die Buchung laufen. Mach mal, ich fahre zum Strand runter. Mal gucken, was ist da aus. Sehr bergig hier, muss ich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ob das so sein muss? Ich fahre mal lieber da lang. Und eines kann ich schon mal sagen. In der Buch ist man nicht Platzkeimesversteck. Ich glaube auch, das war ein Mythos. Ich freue mich schon hier wieder hochzufahren. Krass, wie schräg das hier ist. Als wenn hier noch irgendwie mal was kommt irgendwann. Geht es nirgendwo hin. Da ist sogar kein Strand. Oh, mit Schneckentempo wieder hochfahren. Ich habe was Tolles gefunden. Auf der Fire Station. Oh ja, oh nice. Der sieht ja auch echt fies da, wa? Ja. Siehst du, sowas findet man nur, wenn man aufpasst. Oh, nicht runterfallen. Na, sag mal, wo war denn das mit dem Durchkommen? Warte. Da. Hä? Äh? Hä? War das ein höher? Ja, hier. Jetzt habe ich natürlich keine Toolbox, um zu gucken. Komm zu dir. Ja, Tommy, hau mich. Das Ding sieht so geil aus. Alles rot. Und leer. Oha, das ist aber lang hier. H-Routor, V-Routor, Evonix, Engine und die Hölle. Oh mein Gott, hier vorne das Blech, das sieht ja auch geil aus, ey. So, mal gucken, ob es noch geht. Was? Wo bist du denn? Wenn du hier liegst, kannst du hier so runter. Ja, geht noch. Wenn du hier so liegst. Hm? Verstehe ich nicht. Du musst dich, äh, ans Eck legen. Und dann kannst du da runtergehen, in der Feuerwehr. Also runterkortschen. Ja, genau so. Dich kann ich gerade fallen sehen. Das Ding ist nice. Können wir uns ja nachher mal fertig machen. Ja, zwei mir hau mich noch mehr. Lass mir Ruhe. So, gehen wir mal zurück, gucken, ob wir mal ein paar Reifen finden. Vielleicht haben wir Glück, das ist wie bei Moral, dass du nur vier brauchst. Ich würde den LKW schon gerne mitnehmen, könnte man das zur Umwelt stellen. Also, wir müssen uns über die Folie sagen. Ja. Ja. Was ist das? also irgendwie gibt es auch keinen möglichen krankenhaus oder sowas auf den neuen garten aber wir haben hier und jetzt verreifen von die kann mich setzen gucken die waren tot zu machen und wieder taschen voll ja jetzt haut er mich noch nicht bluten natürlich oder hier waren es tot ich geh mal kurz rein und managier mich natürlich ist immer die einhandlung ich bin da ganz schnell denn irgendwelche pläne daran die wir haben wo sind pläne in die waren okay ich glaube ich habe etwas sehr interessantes hier gefunden was denn und zwar habe ich einen plan gefunden der im internet heißt der e punkt bandit level 3 ich vermute das etage bei den level 3 dieses dieses baumhaus vermute jetzt einfach mal mein jugendlichen leichten einfach mal mitnehmen was hat hat man recht ist auch nichts weiter außer den beiden reifen ein bisschen reinforcement habe ich noch und ich habe eine säge gefunden eine säge ja stimmt die braucht man jetzt auch und ich blut hier schon wieder säge die alte säge kann verwendet werden um kurz und lang holzbowlen zu machen hast du passend im inventar die säge rein und den plan beim angucken die gefängnis zombies vorher auch schon ja ist die säge ein tool ja er war auch im ewan drin kann leicht sind irgendwie Der IKW war hier links, ne? Bitte? Der IKW war hier links, ne? An der Tankstelle, ne? Hm, ne? Hm? Hm? Meine schon, ja. Wo wir mal kurz hinfangen können, da oben zum Game House nochmal. Ja. Greifen habe ich ins Gear gepackt. Mit zwei Reifen weit? Hä? Können wir mit zwei Reifen weit? Ne, kannst du probieren, ob es geht wie bei Moral, dass du die mittleren nicht brauchst. R, M und L, M war mitte, ne? Hm. Was machst du jetzt? Ich wollte eigentlich noch machen in den White Bag. Leute, das Zeichen, hast du gesehen? Hm. Jo. Ist auch gut vorgetankt. Wo ist halt Engine und so ziemlich rot. Bist du den Kleinen? Ja. Ja. Loi. Tja, hört sich ja krass an. Oh Gott, in Perspektive geht gar nicht, die Scheibe ist kaputt. Der hat aber Style, der Lkw. Wie schnell fährst du über... Dings? Über Land sozusagen? Weil die Straße da so beschissen ist? Nein, ich mein, wie schnell fährst du? Äh, 50. Oh, ey. Und wir rechts eben noch kurz zur Burg da oben hoch. Ich wollte jetzt hier rum lang über die Ahrer Insel noch. So, na gut. Komm, wir werden mit mir Heli nachher machen. Der hört sich voll geil an. Ja, so, wär-je. Wär, wär-je. Oh, oh. Junge, pass auf, Alter. Aber der hört doch gut was aus. das ist wie er sich anhört meine LKW war ja mega die sind gerade bei mir gewesen bei dir du warst nicht schwimmen neben der Brücke du musst ein bisschen vorsichtiger fahren die Indien rot ist das scheiße hast du eine Hupe? oh guck mal nee der Tanking Trap hier ist gemein alter ja ich hab mir irgendwann fast gar keine Hupe voll doof keine Ahnung nochmal kurz einen neuen Wegpunkt setzen ja hier ist ein Krankenhaus komm mal gucken wegen Blattpicks Ja.